Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zur Schweizer Migrationsgeschichte. Kennst du Davos? Na klar wirst du antworten. Davos ist eine kleine Stadt im Kanton Graubünden, ein beliebter Skiort, ein exzellenter Eishockeyort und, wenn nicht gerade die Corona-Pandemie herrscht, der Austragungsort des World Economic Forums, BEV. Wusstest du aber auch, dass Davos eigentlich von Oberwallisern erstmals richtig besiedelt wurde? Nein? Dann erfährst du in diesem Video zur Schweizer Migrationsgeschichte des Mittelalters noch etwas Neues. Migrationsgeschichtlich gab es in der Schweiz zwischen der Spätantike und dem Frühmittelalter keinen extremen Bruch, wie der Name einer neuen Epoche andeuten würde. Zwar wurde das Tessin 570 n. Chr. Teil des germanischen Langobardenreiches und blieb es für 200 Jahre, bis es seinerseits im 8. Jahrhundert vom Frankenreich erobert wurde. Beides hinterließ migrationsgeschichtlich aber nur sehr geringe Spuren, die bereits im letzten Video erwähnten Alemannen unterstand nämlich bereits ab dem 6. Jahrhundert den Frankenkönigen, welche ein großes mitteleuropäisches Reich schufen, ohne aber selbst massenhaft in die Schweiz einzuwandern. Weitgehend von der Völkerwandern verschont, blieb Graubünden, wo sich aus dem Lateinischen der Römer das Räterromanische entwickelte. Im Hochmittelalter vergrößerte sich die Bevölkerung der Schweiz markant. Man schätzt, dass im Jahr 1.000 ca. 500.000 Menschen auf dem Gebiet der heutigen Schweiz lebten. Bis 1.300 sollen es bereits zwischen 700.000 und 850.000 gewesen sein. Also einer Zunahme von bis zu 70%. Ermöglicht wurde die Ernährung dieser steigenden Bevölkerung aber nicht durch eine Verbesserung in der Landwirtschaft. Vielmehr war es die klimatische Warmphase zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, welche es ermöglichte, auch in höheren Berglagen ertragliche Landwirtschaft zu betreiben. Ab ca. 1400 änderte sich das Klima erneut. Die kleine Eiszeit begann eine Kaltwetterphase. Zur Zeit der Krise des Spätmittelalters, wie diese Zeit auch genannt wird, führte genau eben diese kleine Eiszeit zu miserablen Ernten. Dazu kamen noch Pestzüge, die zu einem dramatischen Rückgang der Bevölkerung führten. Für die Migrationsgeschichte sind besonders die klimatischen Entwicklungen bedeutsam. Erstens nämlich hatten sie Einfluss auf die Entwicklung der Städte und zweitens auf die Wanderung der Walser. Beginnen wir mit der Städtegründung und dem Städteausbau. Vor dem Jahr 1200 existierten auf dem Gebiet der heutigen Schweiz die alten Bischofsstädte Basel, Chur, Genf, Lausanne sowie auch Sitten sowie auch einige Marktstädte wie Schaffhausen, Solothurn oder Zürich. Total gab es ca. 35 Städte. Zwischen 1200 und 1300 stieg diese Zahl auf bis zu 200 an, weil zahlreiche geistliche und weltliche Würdenträger neue Städte wie z.B. Bern gründeten. Einschränken muss aber erwähnt werden, dass die meisten dieser Ortschaften nur wenige hundert Einwohnerinnen und Einwohner zählten. Einzig die Bischofsstädte Genf und Basel erreichten damals bereits über 10.000 Einwohner. Im Vergleich zu den Metropolen ihrer Zeit, Mailand hatte damals bereits über 100.000 Einwohner, blieben die Schweizer Städte aber überschaubar. Dennoch waren sie die Brennpunkte der Migration. Die Ursache lag darin, dass die Sterblichkeit in den Städten höher lag als die Geburtenrate. Pestzüge beispielsweise wirkten sich in den nicht besiedelten Städten viel verheerender aus, als auf dem spärlich besiedelten Land. Folglich waren die Städte von der Einwanderung abhängig, wollten sie nicht aussterben. Um die Menschen zu sich zu locken, boten die Stadtherren bessere Lebensumstände konkret das Bürgerrecht an. Dieses verlieh den Zuzügern persönliche Freiheit. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, Stadtluft macht frei. Dieser geht nämlich auf den mittelalterlichen Grundsatz zurück. Die Stadtmauer botte außerdem einen Schutz vor Kriegshandlungen. Basel nahm beispielsweise 1444 mehrere tausend Flüchtlinge aus dem südlich von Mülus gelegenen Sundgau auf. Gerade die Stadtmauern, die man auf dieser Abbildung der Stadt Fribourg sieht, übrigens auch eine Siedlung, die im 13. Jahrhundert gegründet wurde, war Ausdruck dieses Schutzes. Die Bürger einer Stadt unterstanden einem besonderen Stadtrecht sowie städtischen Gerichten. Als Handwerker, Gewerbetreibende und Händler konnten die Bürger allerdings von der hohen Arbeitsteilung der Stadt profitieren. Der Bedarf an Fachpersonal war hoch. Dafür mussten die Bürger Wacht und Kriegsdienst leisten sowie Steuern zahlen. Der Bürgereid verpflichtete die Neubürger zur Loyalität gegenüber ihrer Stadt. Die starke Sogwirkung der Städte führte zu Konflikten mit den ländlichen Regionen, welche Einwohner an die Städte verloren. Adelige und Klöster, die Herren der ländlichen Regionen, ließen ihre Untertanen deswegen schwören, dass sie sich nicht aus ihrer Herrschaft entfernen würden. Innovativere von ihnen gründeten gar eigene Städte. Gewaltbereite wehrten sich auch militärisch. So etwa gehört der Sempacherkrieg zwischen dem habsburgerischen Leopold III. und den aufstrebenden Städten, allen voran Luzern, auch zur Migrationsgeschichte. Die Luzerner hatten über Jahre hinweg habsburgische Untertanen als Ausbürger aufgenommen, also als Menschen mit Bürgerrecht, die aber außerhalb der Stadt wohnten. Um diese Abwanderung zu stoppen und natürlich die eigene Machtbasis zu erhalten oder gar zu vergrössern, führte der habsburgische Herzog Leopold III. einen Krieg gegen die expansiven Luzerner und ihre eidgenössischen Verbündeten, im Auszug der Berner Chronik von 1470 hier rechts dargestellt. Dabei unterlag das habsburgische Heer, Leopold III. hier blutüberströmt zu sehen, verlor dabei sein Leben. Je mehr Zuwanderung die Städte benötigten, umso grosszügiger waren sie mit der Vergabe des Stadtrechts. Ein Indikator dafür war das sogenannte Bürgergeld, also dasjenige Geld, welches für den Erwerb des Bürgerrechts einer Stadt zu bezahlen war. Ein tiefes Bürgergeld deutet darauf hin, dass ein hoher Bedarf an Migration bestand, während ein hohes Bürgergeld einen niedrigen Migrationsbedarf indiziert. Die meisten der Städte führten ein sogenanntes Bürgerbuch, in dem die neuen Bürger verzeichnet wurden. Deshalb können wir heute die Migration rekonstruieren. Dabei zeigt sich, dass besonders innerhalb von Sprachgrenzen migriert wurde. Diese wirkten viel stärker als beispielsweise Gewässer oder Gebirge. Und seit der Reformation prägte auch die Konfession die Richtung der Wanderzüge. Neubürger kamen zumeist aus dem nahen Umland der Stadt, teilweise aber auch von weiter her. Schauen wir uns das am Beispiel Zürich einmal konkret an. Zürich zählte Mitte des 14. Jahrhunderts 5.300 Einwohner plus ungefähr 400 Einwohner der Vorstädte. Von 1351 bis 1550 nahm es insgesamt 5.395 Neubürger auf, inklusive ungefähr 1.700 Ausbürger. Also Leute, die eben nicht in der Stadt wohnen, aber trotzdem das Stadtrecht besitzen. In der Stadt selbst liessen sich somit rund noch 3.700 Menschen nieder. Und wenn man jetzt annimmt, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent der Neubürger verheiratet waren und mit Kindern und Hausangestellten in die Stadt zogen, dann sind das ca. 10.000 Menschen, die in dieser Zeit eingewandert sind und das ohne dass die Stadt wuchs. Die Zuwanderung nach Zürich verlief auch nicht gleichmäßig, sondern wellenförmig. Zwischen 1350 und 1430 nahm die Zuwanderung stetig zu. Von 1430 an bis 1500 war sie dann wieder rückläufig, was sich daran zeigt, dass auch das Bürgergeld ab 1775 von 3 auf 10 Gulden erhöht wurde. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde, wohl als Folge der Glaubenskriege, wieder mehr Neubürger aufgenommen. Seit 1540 ist die Zahl wieder stark rückläufig. Woher kamen die Neubürger und welche Qualifikationen brachten sie mit? Zwischen 1350 und 1550 wanderte die Mehrheit der Neubürger aus dem Umkreis von ungefähr 30 Kilometer um die Stadt herum ein. Diese Kernmigration bestand vor allem aus Handwerker und Gewerbetreibenden. Zwischen 1390 und 1490 erhöhte sich die durchschnittliche Migrationsstrecke. Nun zogen auch Menschen aus dem Thurgau, dem Rheintal, aus Sorgans sowie sogar aus dem Elsass und Baden nach Zürich. Die äußersten Eckpunkte waren dabei Danzig im Norden, die flämischen Städte im Westen, Venedig im Süden und Wien und Budapest im Osten. Aus dieser Fernmigration gelangten qualifizierte Berufsleute nach Zürich. Zürich war ein Zentrum der Leder- und Fellverarbeitung, weshalb Schuhmacher, Gerber, Sattler in die Limmatstadt zogen. Auch im Textilgewerbe als Schneider oder Weber oder in der Nahrungsproduktion als Bäcker, Müller, in der Metallverarbeitung als Schmiede, im Baugewerbe als Zimmerleute oder Steinmetze, sowie als medizinisches Fachpersonal, also als Apotheker, Bader, waren die Neubürger aktiv. Jüdische Migranten waren als Geld- und Pfandverleiher sowie als Ärzte gefragt. Wer nach der Integration der Neubürger fragt, kann es am Beispiel des wirtschaftlichen Erfolgs dieser Neubürger ablesen. Um 1443 war bei den Zünften der Schmieden und der Zimmerleute ungefähr ein Drittel der Zunftmitglieder Neubürger. Blickt man auf das Vermögen, befinden sich die Zürcher Neubürger ungefähr in derselben Bandbreite wie jenige der ansässigen Bevölkerung. In der allerhöchsten Vermögensklasse allerdings waren die Neubürger seltener anzutreffen. Dafür waren die Vermögen der Neubürger im Schnitt ein wenig höher als diejenige der ansässigen Bürger. Auch konnten die Neubürger ihr Vermögen häufig im Verlauf einiger Jahre nach der Niederlassung steigern. Besonders gut gelang dies fachlichen Spezialisten wie beispielsweise Orgelbauern. Aber auch Händler oder Spezialisten im Metallgewerbe konnten sich als Neubürger ein Vermögen erarbeiten. Wenn Neubürger bereits vor ihrer Aufnahme in Zürich in einer Stadt gelebt hatten, waren sie im Schnitt vermögender und erfolgreicher als solche, welche vom Land nach Zürich zogen. Die Familie Escher beispielsweise erreichte ihren sozialen Aufstieg in der Kleinstadt Kaiserstuhl und wurde nach ihrer Migration nach Zürich zu einer der führenden Familien. Im 14. und 15. Jahrhundert war es ohne weiteres möglich, dass Neubürger auch in die höchsten politischen Ämter aufsteigen konnten. Hans Waldmann beispielsweise aus dem zugerischen Blickensdorf wurde 1452 eingebürgert und wurde dank vorteilhafter Heirat und militärischem und wirtschaftlichem Erfolg 1483 zum Bürgermeister der Stadt Zürich ernannt. Zwischen 1380 und 1545 waren jeweils rund 10% der Ratsherren Neubürger, die zwischen 5 und 25 Jahre nach ihrem Erwerb des Bürgerrechts in die städtischen Räte gewählt wurden. Damit verlassen wir die Städte und gehen zur zweiten bedeutenden Migrationsgruppe des Hoch- und Spätmittelalters über dem Alpenraum über zu den Walsern. Die Walser, das waren Migranten aus dem deutschsprachigen Oberwallis, welche im Hoch- und Spätmittelalter Teile der Alpenregion bebauten. In welche Gebiete die Walser migrierten, seht ihr hier auf der Karte. Angelockt von geistlichen und weltlichen Würdenträgern, migrierten sie im Westen in das im heutigen Frankreich gedegene Jablais, hier im Nordwesten ins Berner Haslittal, hier im Nordosten in Teile des heutigen Graubündens, sowie einzelne Gebiete im heutigen Fürstentum Lichtenstein und im österreichischen Vorarlberg. So sind Walser beispielsweise in Leich am Vorarlberg belegt, wenn auch noch nicht sehr gut erforscht. Auch in Italien und Tessin finden sich Spuren der Walser-Migration. Ihr seht, Berge bildeten für sie kaum ein Hindernis. Die Migration dieser Oberwalliser hat man sich am ersten Etappenweise vorzustellen. Siedler aus bestehenden Walsersiedlungen migrierten weiter, um ihrerseits einen neuen Ort zu gründen oder eine bestehende zu erweitern. So entstanden im romanischen Sprachraum deutschsprachige Inseln. In Bosco-Curin, im Tessin, hier, wird heute noch Deutsch gesprochen. Ja, und ratet mal, wer dieses dort hingebracht hat. Genau, die Walser. Eine der wichtigsten Walsersiedlungen übrigens war die heutige Landschaft Davos. Davor lebten zwar auch bereits Menschen dort, aber erst die Anliedung der Walser durch die Freiherren von Watz machte die Ortschaft erstmals regional bedeutsam. Fragt man nach den Ursachen, warum die Walser migriert sind, dann wurde in der älteren Forschung ziemlich pauschal auf negative Aspekte verwiesen. Die Kaukeiterböden, die wachsende Bevölkerung, sowie Krankheiten und Ernährungsnöte haben die Walser-Gemeinden, sobald sie eine gewisse Größe erreicht hätten, dazu genötigt, weiter zu migrieren. Obwohl all diese Gründe sicherlich nicht falsch sind, blenden sie doch einiges aus. Das warme Klima im 11. bis 13. Jahrhundert beispielsweise ermöglichte überhaupt ertragsreiche Landwirtschaft auf über 1500 Metern über Meer zu betreiben, was eine Voraussetzung für die Walser-Migration war. Auch die lockenden Privilegien der Adligen und Geistlichen waren ein Grund, wieso die Walser migrierten. In Davos beispielsweise erhielten die Walser von ihren Landesherren, eben den Freiherren von Watz, 1289 umfassende Selbstverwaltungsrechte. Wirtschaftlich betrachtet waren die Walser wie die allermeisten Menschen ihrer Zeit Bauern. Sie zogen Schafe, aufhielten Kühe und bauten auf Höhenlagen bis zu 2000 Metern Getreide. An ihr Vieh hielten sie, je nach Jahreszeit, auf unterschiedlichen Höhenstufen. Neben der Landwirtschaft waren sie aber auch als reisende Händler aktiv, was gut zu ihrer Migrationsbereitschaft passte. Die riesige Bevölkerung der italienischen Städte war eine dankbare Abnehmerin für das von den Walsern hergestellte Fleisch, Leder und Wolle. Später kamen aber auch Tuch, Käse und Wein als Handelsgüter dazu. Einige Walser waren außerdem geübte Baufachleute. Sie zogen im 16. und 17. Jahrhundert mit ihren Fertigkeiten in die deutschsprachigen Städte der Eidgenossenschaft. In Freiburg, Bern, Luzern, Badel, Zürich und Zug arbeiteten die als Prismeller, nach der Ortschaft Prismel genannten, Walser auf dem Bau. So entstanden zum Beispiel der Ratshausbau in Luzern oder das Münster in Bern unter Mithilfe migrierter Walser oder eben Prismeller.